Es gibt einen Erzähler, der die Geschichte erzählt. Und dann kommen die kleinen Vögel und die spielen mit und der Erzähler erzählt die Geschichte. Und plötzlich mischt sich der Erzähler ein und gibt Ratschläge oder gibt einen Kommentar. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe des Erzählers. Soll man hier schön die Geschichte erzählen oder so und sich raushalten ansonsten. Und das tut mein Erzähler nicht. Und die blauen Vögel wollten ihn schon am Baumstamm festbinden. Da hörten sie. Halt! Lass ihn los! Er ist mein Freund. Aber mein Kind, der kann nicht. Warte mal, du kannst jetzt nicht einfach loslegen. Kein Mensch weiß, wer du bist. Also ich meine, der Erzähler unterbricht den König. Hallo. Das geht eigentlich gar nicht. Doch eines Tages, das kann ich schwören, fliege ich ganz weit fort. Ich höre so nicht, das ist wahnsinnig lustig. Ich hoffe, dass Anne das auch lustig findet. Spiri González.